Der Tierpräsentation zu widmen, wir haben hier, ja, kommen wir gerade vorne an, die, die hier so schön läuft, die Rue Jelena, das ist übrigens einig die, die bei den Simmentaler-Plassen am letzten Freitag, wo hier die Ausmachung war, die sogenannte Elitisch-Rangierung der ausgestellten Bühnen, das Tier hier, die Jelena hat.